Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Eine unserer neuesten Innovationen ist halt die Drohne. Die Drohne in unserem neuen Logistikcenter in Frankfurt, in Kelzerbach genauer gesagt, wo wir ein Multi-User-Währaus betreiben und die Drohne dort in einen Hochregal, in einen Hochregal-Schmalgang einzusetzen. Da haben wir ein junges Unternehmen, und zwar ein Start-up-Unternehmen, die Firma Dox Innovation für uns gewinnen können, mit denen wir gemeinsam diese Drohne hier dort zum Einsatz bringen. Man muss sich vorstellen, die Drohne, man sieht es hier auch. Wir haben hier einfach mal ein Lager simuliert, ein Hochregal. Wir haben einen schmalen Gang und in diesem schmalen Gang stehen viele Waren, sprich Paletten, Kartonagen, Artikel, die dort gelagert werden. Und eine Person steuert diese Drohne entsprechend autonom durchs Lager, durch den Gang, und die Drohne hat vorne einen Sensor und mit diesem Sensor nimmt sie Informationen auf. Das heißt, sie liest einen ER-Endcode, sie liest einen QR-Code, sie kann aber auch Bilder machen. Und diese Informationen werden live dann bei uns ins Warenwirtschaftssystem eingespielt. Und somit sind wir in Echtzeit auf Informationsfluss angewiesen und können damit arbeiten. Die Drohne bringt unseren Partnern und uns natürlich in den logistischen Prozesse enorme Vorteile. Die bedeuten beispielsweise in einer Bestandsaufnahme, in einer Inventur werden wir hier Prozesse verschlanken können, Informationen schneller aufnehmen können in den normalen Tagesprozess. Und das bringt natürlich gerade in den Bereich B2C, das heißt in der Liefergeschwindigkeit und in der Lieferqualität, enorme Vorteile. Wir haben erst gerade gestern Abend in München dazu von LogiVision den Award gewonnen, wo wir sehr stolz drauf sind und ausgezeichnet worden sind für die Drohne im Einsatz, weil es das in Deutschland so noch nicht gibt.